Ich bin heute in Dänemark auf einem Rotviehbetrieb, auf einem skandinavischen Rotviehbetrieb. Hier genau auf diesem Betrieb habe ich auch das erste Mal vor vielen, vielen Jahren das erste Mal die Rotvieh live gesehen. Das ist jetzt in Skandinavien, das ist in Dänemark, das ist eine Autostunde von mir zu Hause entfernt. Das ist ein bisschen dichter dran als meine Rotvieh, die ich verkaufe. Meine Rotvieh kommen aus Australien. Die sind aber genetisch identisch, die haben ein bisschen ein anderes Zuchtziel, aber 1985 haben die australischen Rotvieh sich erst als Zuchtrasse gegründet in Australien und zuvor ist das ein und dasselbe gewesen. Die Australier machen keinen Unterschied, ob der Bulle nur aus Skandinavien kommt oder aus Australien, die werden für das Zuchtprogramm beide gleich benutzt. Bei den Australien gibt es kleine Unterschiede. Die Australier haben zum Beispiel einen Hitze-Toleranz-Zuchtwert, den gibt es so in Skandinavien nicht. Die Australier haben einen Futter-Einspar-Zuchtwert schon viele, viele Jahre und sind damit halt auch deutlich früher, was Futter-Einsparung angeht, in die Zucht eingegangen, als das viele, viele andere Stationen in der Zwischenzeit jetzt auch versuchen. Bei den Australien ist ein bisschen was anderes. Hier in Skandinavien haben wir im Schnitt ungefähr 9.800 Kilo energiekorrigierte Milchmenge pro Rotvieh, Kuh und Jahr. In Australien liegen wir über ungefähr 7.000. Das liegt aber daran, das kann man hier irgendwo hinten schon sehen, hier wird eine Voll-TMR gefüttert, während in Australien weniger als 5% der Kühe eine Voll-TMR kriegen. Das Zuchtziel der Australier ist, über 300 Tage Nutzungsdauer ausschließlich aus Weide zu erreichen. Ich bin im März da gewesen, damals gab es den YouTube-Kanal noch nicht, ich habe noch keine Kamera gehabt, habe mir auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal YouTube-Videos machen will. Ich bin aber dran, dass wir demnächst auch nochmal ein Video aus Australien kriegen, das mir ein befreundeter Landwirt da produziert. Und auf dem einen Betrieb, wo ich war, da lag ein bein, ja, strohiges Heu auf der Weidefläche, wo die Kühe am Grasen waren. Und da sagte ich dann, wieso legt ihr hier so ein Bein Heu auf die, oder wieso rollt ihr hier so ein Bein Heu auf der Weide aus? Und da sagte der Landwirt zu mir, ja, wir wollen, dass die Kühe satt werden. Also in Australien ist eine ganz andere Mentalität, ganz andere Philosophie. Die möchten ganz gerne, dass die Kühe so günstig wie möglich produzieren und das geht halt einfach, indem keine Silagen produziert werden. Die Grenzkosten, nein, die Vollkosten der Australier liegen bei ungefähr 23 Cent pro Kilogramm Milch, Eurocent umgerechnet. Sobald die halt mit Füttern anfangen würden, wird das immer teurer werden. Ja, was gibt es über die Rotvieh zu berichten? Die Rotvieh sind die dritte Rasse in der Drei-Rassen-Rotationskreuzung. Viele Jahre hat man halt gesagt, man besamt als erstes die Holstein-Smith-Rats, um anschließend einen leichteren Kalbeverlauf, einen leichten Geburtsverlauf fürs Rotvieh-Kalb zu bekommen, aber anschließend auch einen leichteren Kalbeverlauf fürs Montbelliar-Kalb zu bekommen. Diese Regel, diese Faustregel ist in der Zwischenzeit überholt. Wir sehen, dass die Montbelliars in verschiedenen Auswertungen, Vereinen in Amerika, deutlich höhere Lebenstagsgewinne erzielen. Die Montbelliar-Malholsteinskreuzung im Vergleich zur Rotvieh-Malholsteinskreuzung. Bei der Rotvieh-Malholsteinskreuzung kommen wir auf ungefähr 8 Prozent mehr Lebenstagsgewinn gegenüber vergleichbar gehaltenen Holsteins. Bei der Montbelliars-Malholsteinskreuzung kommen wir aber auf 19 Prozent mehr Lebenstagsgewinn. Das kommt zum einen durch die etwas höhere Leistung, die Montbelliars erzielen gegenüber Rotvieh, und auch die Nutzungsdauer ist etwas länger. Die Fruchtbarkeit ist etwas besser. Es ist ein Summelsurium aus vielen verschiedenen Sachen, aber wir können halt nicht nur mit zwei Rassen kreuzen, weil das geht einmal gut und alles, was danach kommt, geht wieder rückwärts. Deswegen brauchen wir die dritte Rasse, und das ist Rotvieh. Die Euterqualität der Rotvieh ist absolut in Ordnung, um die in der Kreuzungszucht einzusetzen. Aufpassen sollte man allerdings darauf, dass man nach Möglichkeit wirklich die besten Euterbollen nimmt, die man finden kann. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das habe ich gerade vor einer Weile beim Kunden erlebt, der zu mir gesagt hat, Udo, warum soll ich eigentlich die australischen Rotvieh einsetzen? Signet als Beispiel mit einem Euterzuchtwert von 106, während ich einen skandinavischen Rotvieh-Bohlen kriegen kann mit einem Euterzuchtwert von 125. Und da ist halt jetzt, das ist so wie jetzt, wenn man PS mit KW vergleicht, wenn einer sagt, ich fahre lieber einen Schlepper mit 200 PS, als einen mit 198 KW, weil die Zahl größer ist. So, da gibt es verschiedene Sachen, die da halt ja dann hinken in diesem Vergleich, den der Landwirt angestellt hat. Wenn ich einen skandinavischen Bullen nehme, dann ist der entweder mit skandinavischen Zuchtwerten oder mit deutschen Zuchtwerten ausgewiesen. Die machen das ganz gerne mal, dass sie das mit deutschen Zuchtwerten ausweisen bei Töchtergeprüften, weil dann halt nochmal mehr Milchmenge dasteht auf dem Papier. Und die Basis ist unterschiedlich. Einmal wird als Basis genommen das, was an Tiermaterial in Skandinavien ist oder das Tiermaterial, was in Australien ist. Und da gibt es auch Unterschiede von der Altersklasse, welche Tiere wirklich miteinander verglichen werden. Und außerdem haben die die Abstufung unterschiedlich. Ich kann meine Bullen nicht auf skandinavische Basis umrechnen, aber ich kann die skandinavischen Bullen auf australische Basis umrechnen. Und dieser Bulle, der einen Euterzuchtwert von 125 hatte, ist auf australischer Basis bei 104. Das ist nur die Umrechnung der Vergleich der Tiere. Also dieser Bulle, der 125 hat, hat eigentlich nicht mehr, eher weniger, als der Bulle, der bei mir 106 hat. Die Fruchtbarkeit der Rotvieh ist höher als die der Holsteins. Und wenn man das in der Kreuzung einsetzt, verbessert sich automatisch auch der Besamungsindex auf dem Betrieb. Was zu beachten ist, wenn man mit Rotvieh in der Kreuzungszucht arbeitet, ist, dass wir Bullen raussuchen müssen mit sehr guten Euterqualitäten. Bullen, die Milch mitschleppen und die von der Größe zu den Holsteins passen. Wir dürfen nicht zu kleine Rats mit reinnehmen. Wo auch drauf aufgepasst werden muss, ist, dass verschiedene Zuchtverbände gerne mal einen Montpellier Bullen mit reinnehmen, in die Rats reinkreuzen. Und mit einem Bullen aus zweiter oder dritter Generation dann auf einmal auf den Markt gehen. Diese Bullen sind natürlich für die Rheinzucht interessant, um mal frisches Blut reinzubekommen. Allerdings für die Kreuzungszucht absolut schädlich, weil wir auf der einen Seite gerne Montpellier noch mit reinnehmen wollen in die Kreuzung, dann als dritte Rasse oder schon drin haben. Diese Bullen überzeugen in der Rheinzucht, in ihren Zuchtwerten vor allen Dingen dadurch, dass sie einen Heterosis-Effekt mit reinnehmen, den man aber nicht wieder rausrechnen kann. Deswegen, wenn da ein Bulle zwischen ist, der einen weißen Kopf hat, lieber die Finger davon lassen und sich gegebenenfalls auch darüber informieren, wie viel Montpellier-Blut in einem Rats-Tier drin steckt. Ein Unterschied zwischen den Rats aus Australien und Skandinavien ist die Nutzungsdauer. Die australischen Rats schaffen im Schnitt 5,5 Laktationen, während es in Skandinavien heutzutage noch gang und gäbe ist, Remontierungsraten von irgendwo 40% zu fahren. Das hat was mit der Politik, das hat was mit der Finanzierung der Hilfe zu tun. In Skandinavien gibt es ungefähr 270.000 Rats, 270.000, 280.000 Rats. In Australien gibt es ungefähr 90.000 Rats. In Australien haben die Rats sich absolut bewiesen und überzeugt, gerade dadurch, dass sie nur auf der Weide stehen müssen, weil die halt weniger anfällig sind als die Holsteins. Weil die besser damit auskommen, wenn die Ration als Weide nicht optimal ausgelegt ist. Ein Vorteil der Rats, den ich absolut sehen kann, ist, dass diese Tiere deutlich vitaler, deutlich neugieriger sind als Holsteins. Wie ich das erste Mal auf diesem Betrieb war, sind wir in Kuhs da reingekommen und die ganzen Kühe sind quasi zu uns rangekommen, haben nachgeguckt, was wollen die denn hier. Während ich auf vielen Holsteinsbetrieben eher das sehe, dass die Kühe sagen, lass mich lieber in Ruhe, was willst du hier. Also sehr neugierig, so wie man das von den Holsteins eigentlich eher aus dem Jungviehbereich kennt. Die Bewegung ist aus meiner Sicht deutlich besser. Wir haben eigentlich nur Kühe, die mit dem Kopf wirklich sehr weit oben laufen, während wir bei den Holsteins halt zu viele Kühe haben, die den Kopf sehr weit unten, beim Laufen sehr weit unten haben. Mir hat Mike Osmondson aus Amerika, hat mir das dann mal erklärt, warum das so ist. Und das klingt für mich auch schlüssig. Wir haben bei den Holsteins versucht, sehr viel Körpertiefe in der vorderen Körperhälfte das Tieres reinzubekommen und haben die Gewichtsverteilung halt verändert in den Holsteins. Wir lagen früher mal bei 60 Prozent auf den Hinterbeinen und 40 Prozent auf den Vorderbeinen und liegen heute bei 50-50. Und dieser sehr tiefe Kopf beim Laufen ist eine Folge daraus, dass die Tiere Rückenschmerzen haben und den Rücken eigentlich entlasten wollen. Also es ist keine natürliche Bewegungsart, wenn der Kopf sehr weit unten ist beim Laufen. Das ist etwas, was viele Landwirte erst dann sehen, wenn man denen das mal erzählt. Und ich muss auch sagen, ich habe es eigentlich auch erst dann wirklich wahrgenommen, dass das wirklich ein Manko ist, dass das nicht natürlich ist. Ich sagte das vorhin schon mal, wir haben in Australien überwiegend Weidehaltung. Und ein Landwirt erzählte mir, also die höchste Melkstand, Weideentfernung sind ungefähr 2000 Meter. Und er erzählte mir, dass er halt beim Melken im Karussell sehr gut merken kann, wenn da nur noch wenige Kühe nach sind. Weil die letzten Kühe, die bei ihm ins Karussell reinkamen, waren immer die schwarzrunden. Und ein anderer Landwirt erzählte mir etwas ähnliches, auch wieder die Feldentfernung zum Melkstand, ungefähr 2000 Meter, die weiteste Feldentfernung. Der erzählte mir, dass seine Tochter ab und zu die Kühe mit dem Pferd reinholt. Und sie ihn dann auch mal fragte, Papa, ist das normal, dass die letzten Kühe, die wir im Treiben haben, immer die Holsteins sind? Bei den Reds sieht man außerdem, dass der Schwanzansatz aufgesetzt ist, auf dem Becken drauf und nicht im Becken drinnen. Das ist eine Problematik, die bei den Holsteins verkannt wird oder nicht angesprochen wird. Das Problem bei den Holsteins ist, dass wir halt eine gerade Rückenlinie haben wollten, aber ein ansteigendes Becken bekommen haben, um das gute Euter zu tragen und einfach den Schwanzansatz ins Becken reingezüchtet haben, um die gerade Rückenlinie zu behalten. In Italien ist vor vielen, vielen Jahren, das kann bestimmt schon zehn Jahre her sein, mal ein Fütterungsversuch gemacht worden, der eigentlich mehr durch Zufall entstanden ist. Da gab es ein Bestand, der hatte 160 Holsteinstiere und 160 Holsteins mal Red-Tiere in seinem Bestand. Aber gefüttert haben die nicht 320 Rationen pro Tag, sondern 340 Rationen. Und dann hat sich das ergeben, dass die baulich die Möglichkeiten hatten, die Holsteins auf die eine Seite vom Futtertisch zu stellen und die Reds auf die andere Seite vom Futtertisch. Die energiekorrigierte Milchmenge ist bei beiden Gruppen gleich gewesen, aber die haben halt sehr schnell gemerkt, eigentlich schon am zweiten Tag, dass die Reds immer vor dem vollen Trog standen und bei den Holsteins der Trog leer war. Die Erklärung ist dafür einfach die bessere Futtereffizienz der Kreuzungstiere oder der Reds oder halt umgekehrt die schlechtere Futtereffizienz der Holsteins. Die Holsteins fressen mehr, aber machen das nicht zu Milch. Das heißt, diese 20 Rationen, die extra gefüttert worden sind, sind komplett in die Holsteinsreihen verschwunden, ohne dass da mehr Milchmenge rauskamen. Und in der Zwischenzeit gab es ja auch einen Fütterungsversuch in Minnesota, wo halt herausgefunden wurde, dass die Kreuzungstiere 6,5% weniger Futter fressen, gegenüber den Reihenholsteins und damit 0,8% mehr Milch produzieren. Okay, für heute soll es jetzt mal wieder gewesen sein. Ich denke, das Video ist lang genug geworden. Ich möchte noch einmal auf die drei Reds Bullen hinweisen, die wir am Einsatz haben. Das ist Cygnet, Töchter geprüft, mit sehr viel Milch. Das ist Jogibär als genomischer Bulle mit schwarzen Klauen, mit sehr guter Klauengesundheit. Und das ist Scarebär. Alle diese drei Bullen sind verfügbar, können sofort eingesetzt werden. Wir brauchen einfach nur miteinander zu telefonieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und weitere Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.hybrid-genetics.de oder bei Facebook.